Okay, willkommen! Ihr seht gerade, ich bin wieder in Tokio. Es gibt einen Grund, wir können ja zum Turm jetzt. Und das würde ich auch gerne mal machen. Aber erstmal werde ich mal alle Punkte absuchen. Da gab es ja auch noch ein paar Spezial-Trainings-Rotte hier. Hier war da irgendwo ein Blitz, das weiß ich doch. Hab ich mir das eingebildet? Ich habe da irgendwo ein Blitz. Und euer Team, die Zweikämpfer. Mark rafft man zum ersten Mal an. Und wir haben es geschafft. Okay. Ach, das hatten wir schon. Okay, gab es hier irgendwas? Warte, da ist ein Mensch. Neu-Spieler, die Doppel-Pässe. Ah, ich habe eine andere Idee. Mach ihn mal so. Und ich gewinne. Schießen wir mal. Das kriegt der jetzt nicht. Sag ich doch. So, mach ich gleich. Ich gehe jetzt in die Orte besuchen, wo so Trainings-Rotte sind. Karte. Ich gehe jetzt noch nicht zum Bus. Mal testen. Mal testen. Vielleicht finden wir ja was her. Ich habe gerade kassiert, aber richtig. Und ich weiß nicht. Es gibt keinen hier, oder? Ich sehe jetzt gerade so. Mann, oh Mann, das sind so viele Zufallskämpfe. Ah, wir gehen zur Karte. Und, äh, Leute, wenn ihr wisst, wo Plätze sind, wo solche Trainingsorte sind, sagt es mir, ich gehe hin, bitte. Bitte, mal klick mir, meine Katze zu fangen. Hab ich doch jetzt. Und du? Meine Eltern haben mir mein neues Fahrrad gekauft. Ich kann aber auch noch nicht fahren, ich muss nicht stark sein. Ein paar Schwerpunkten dürfen mal nicht aufhalten. Oh, Platz. Verteidigung braucht er auch eigentlich. Mark Evans macht was mal. Komm, trainier mal. Ach, das kennt man auch vom Anime, das hat er auch immer gemacht. Okay, Katze. Okay. Ich wünschte, diese Gegend, äh, diese Gesände würde sich verdrücken. Ich habe gehört, dass einem die Liebe seines Lebens erscheint, wenn man ihn hier umzieht. Okay. Das teilt die sogar nicht mal aus. Was gibt's denn da? Zu glotzen, hm? Es sind die nicht vom ersten Teil, die uns angegriffen haben? Komm schon nach 100, lass uns gehen, es gibt keinen Grund für uns, noch hier zu sein. Ach, da sind diese Flachwichser vom ersten Teil. So, so. Mischli-Regeln. Lässt du das, er blitzt nur auf dem Turm? Besonders, weil der wird Friedensherrschen. Das sagt mein Opa auf jeden Fall immer. Das wäre ein furchtbarer Anblick von hier und... was ist, was man will. Thermo-Stollen? Okay. Okay. Mal sehen, was das für noch auslösst die jetzt alles bekommen haben bisher. Thermo-Stollen... Wie kannst du gebrochen? Okay. Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du auch nicht. Ach doch, du auch. Du bist einer meiner besten Männer. Was will sie eigentlich bei mir? Okay, weiter geht's. Hm. Okay, ich hab das jetzt alles... Wenigstens neuestem, die Gurkentruppe. Ich schieße mir mal. Ich glaube, er hält das auf. Okay, ich hab mich gehört. Vorwärts, Reimann! Oh, das liegt daran, dass ich gerade einen neuen Schub ausgerüstet habe, die ihn dieser Angriffsverstärken. Kann auch ja auch sein. Okay. Komm jetzt. So. Ähm, Karte. Ähm, wir gehen jetzt da hin und nach Nachbar. Zentrum war nichts. Hörschpark waren was? Wir gehen jetzt zum Hörschpark. Wir können jetzt hier überspringen. Ist ja nicht so schlimm. Den, 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 den. Ich bin ein bisschen vorbeigegangen. Okay, hier. Kann man was trainieren? Ah, Schusskraft. Da kenne ich doch jemanden, der das gebrochen kann. Kevin. So muss er sein. Ja, ich will nochmal. Kevin. Kann man sich überspringen oder so? Nein, kann man nicht. 39. Okay, gab es oben noch eins? Ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Ach, da oben. Links. Tut mir leid, wenn das jetzt ein langweiliger Tag für euch ist. Aber es muss sein. Ich kann hier Hirschkriegse kochen. Okay. Ding, oh Mann. Was? John, John, wo bist du? Who the fuck is John? Körpereinsatz. Ich lass mir mit ihm das. Was machst du? Geiler Körpereinsatz. Okay. Neues Team. Die Zack Sender. Gehen wir mal. Vielleicht hab ich ja. Aber ich glaub eher nicht. Kann so ein kleiner Körperein das eigentlich aufhalten? Das ist nicht mehr so eine Stärke. Im Schuss. Guter Körn. Guter Körn. Guter Körperein. Guter Körperein. Guter Körperein. So muss es sein. Okay. Und wer ist John eigentlich? Bist du John? Ach so. Oh, und bist du vielleicht John? Oh, ich hab mich verlaufen. Ich muss mich verarschen. Wir gehen mal... Oh mein, oh mein, dieser Kampf hat lange gedauert. Gehen wir jetzt auf den Protest, vielleicht sind da ein paar neue... Oh, die sind neu. Okay. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part bei... Also im Post dann.